Da gibt es den einen oder anderen Profisportler, der fünfmal die Woche, zwei Stunden am Tag oder sogar einmal morgens und einmal abends trainieren kann und trotzdem weitaus mehr Muskulatur aufweist als ich. Ist mir klar. Aber dass diese Personen mit Pharmazeutikern arbeiten, sollte euch auch klar sein. Wenn jetzt der eine oder andere von euch zu Hause mit Pharmazeutikern arbeitet, dann kann er mehr trainieren, weil er einen schnelleren Stoffwechsel hat, aber er muss nicht mehr trainieren, weil selbst der sechsfache Mr. Olympia, Dorian Yates, nur dreimal die Woche 30 Minuten trainiert hat und sechsmal der muskulöseste Mann der Welt war. Mike Mensah stand neben Arnold Schwarzenegger, ebenfalls auf der Mr. Olympia-Bühne, bei dreimal Training die Woche. Steve Reeves War es Steve Reeves oder Crystal Reeves? Steve Reeves, naja, Crystal Reeves war die Superman-Darsteller aus den 80ern. Steve Reeves 1952, Mr. America. Kennt ihr aus den Filmen, wenn ihr so alte Sandalenfilme mal geguckt habt, Herkules oder Sintbad oder Samson oder so. Wir wollen sie, dass wir, wie ein Dünner in den Chatzen in der Weltsteiglisten, so haben wir es an die Frage, wir wollen, wie eine andere, wo die peppersen von牛, so haben wir über die Situation in der Tat her. Aber wenn wir sind in Dünner,